Er wird 74 Stimmen. Damit ist der Dr. Rainer Barze gewählt. Ich gehe davon aus, dass er die Wahl annehmen wird. Meine lieben Freunde, ich nehme diese Wahl an und danke für das besonders große Vertrauen. Ich weiß, wie schwere Arbeit vor uns allen liegt und ich spüre die Erwartungen.